Seit tausenden Jahren sind Menschen in der Lage, mit Hilfe von Sonne, Mond und Sternen zu navigieren. In den nächsten Minuten zeigen wir euch einige Möglichkeiten, die Himmelsrichtungen ohne Hilfe technischer Mittel festzustellen. Anhand des Sonnenstandes kannst du die Himmelsrichtungen in etwa einschätzen. Dazu musst du nur wissen, dass die Sonne im Osten aufgeht, mittags im Süden steht und im Westen untergeht. Man kann sich den Schatten zunutze machen. Alles, was du dazu brauchst, ist etwas Zeit und einen Stock. Diesen steckst du möglichst senkrecht in die Erde. Jetzt markierst du das Ende des Schattens, zum Beispiel mit einem kleinen Stein, und wartest etwa eine halbe Stunde, bis du das neue Schattenende markierst. Diesen Prozess wiederholst du insgesamt dreimal. Nun kannst du aus deinen drei Markierungen eine Linie bilden. Diese geht von Osten nach Westen. Senkrecht zu dieser Linie ist Norden. Je länger du dir dabei Zeit lässt und je höher der Sonnenstand ist, umso präziser ist diese Methode. Die nächste Methode funktioniert mit einer analogen Uhr. Dazu musst du diese so ausrichten, dass der Stundenzeiger in Richtung Sonne zeigt. In der Winterzeit bildest du den kleineren Winkel aus Stundenzeiger und 12 Uhr. In der Sommerzeit nimmst du den kleineren Winkel aus Stundenzeiger und 1 Uhr. Genau in der Mitte dieses Winkels befindet sich Süden. Der wesentliche Vorteil dieser Methode ist, dass sie sehr schnell und einfach durchzuführen ist. Allerdings ist sie nicht ganz so präzise wie die Schattenmethode. Der Mond bewegt sich ähnlich wie die Sonne. Auch er geht im Osten auf und geht im Westen wieder unter. Wenn der Mond gerade eine Sichelform hat, kann man anhand dieser den Süden finden. Man nimmt den oberen und unteren Punkt der Sichel und stellt sich eine gerade Linie zwischen ihnen vor. Diese Linie verlängert man gerade weiter bis zum Horizont. Ungefähr an diesem Punkt liegt Süden. Einer der bekanntesten Sterne ist der Polarstern. Dieser befindet sich immer im Norden. Um den Polarstern einfacher zu finden, kannst du dich am Sternenbild Cassiopeia orientieren. Cassiopeia wird oft auch als Himmelsweh bezeichnet. Um den Polarstern finden zu können, musst du eine gedachte Linie zwischen den beiden äußeren Sternen ziehen. Nun bildest du auf der Seite, welche weiter vom mittleren Stern entfernt ist, einen rechten Winkel nach oben. Verdoppelst du deine gedachte Linie in diese Richtung, kommst du ungefähr zum Polarstern. Eine weitere Möglichkeit, den Polarstern zu finden, ist über das Sternbild des großen Wagens. Verlängert man die gedachte Linie der Rückwand des großen Wagens um den Faktor 5, so landet man fast genau beim Polarstern. Der Orion ist bei uns nur im Winter sichtbar. Besonders markant an diesem Sternbild ist sein Gürtel. Dieser besteht aus drei nebeneinander liegenden, hellen Sternen. Der Orion bewegt sich nachts auf die gleiche Weise über den Himmel wie tagsüber die Sonne. Um dich an ihm orientieren zu können, musst du allerdings ungefähr wissen, wie spät es ist, da er mit fortschreitender Nacht immer weiter nach Westen wandert. Mit diesen Techniken konnte man sich bereits vor tausenden Jahren orientieren und sie werden auch in Zukunft Suchenden die Richtung weisen. zu können 영ätisten. Musik 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 Musik